Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensor Survivor heute hier wieder und schweren Herzen sozusagen und ich weiß nicht, ob ihr es so mitbekommen habt im Stream oder so, dass der Schwiegervater von Klaus halt im Krankenhaus lag und leider dann in der Nacht vom Montag zum Dienstag verstorben ist. Klaus, Reisegruppe Chaos, der Rest jedenfalls, wo du, du gehörst ja dazu, aber ich meine Beutel Benji, wir sind im Gedanken bei dir und deiner lieben Frau Sonja, wünschen euch viel Kraft und ich bin mir sicher, dass die Jungs und Mädels aus der Community das genauso sehen und euch auch alles Gute in den schweren Tagen wünschen. Behaltet euren lieben Vater und Schwiegervater in guter Erinnerung, trauert nicht so sehr um seinen Tod, sondern feiert sein Leben, vergesst ihn nicht und ich bin mir sicher oder ich möchte daran jedenfalls glauben, irgendwann sehen wir uns alle wieder. In solchen Momenten ist halt immer, ja da wird einem auch so die eigene Sterblichkeit vor Augen geführt oder meine Eltern sind ja auch nicht mehr so jung und da ist mir so eingefallen, dass uns oder auch mir so Worte wie Idiot, Blöde Kuh viel leichter über die Worte, über die Lippen kommen, als zu sagen, ich liebe dich oder so. Und ich kann mich noch erinnern, als meine Großmutter im Sterben lag oder im Krankenhaus lag, habe ich es wirklich geschafft, ihr zu sagen, dass ich sie liebe und ich bin so froh darüber, dass ich das getan habe. Ich glaube, wir sollten das viel öfters zu unserem Lieben sagen und manchmal frage ich mich so, warum mir persönlich auch das so schwerfällt, das zu sagen. Es ist ja im Vergleich zu den bösen Worten ist es ja doch was Schönes und es sollte ja viel leichter über die Lippen gehen als diese bösen Worte, aber naja, so close. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Kraft in den kommenden Tagen und Stunden und ich habe dich gefragt, ob ich das Video jetzt deinem Schwiegervater widmen darf. Du hast ja gesagt, dann mache ich das sehr gern. Vielleicht sieht er es ja im Himmel und lacht und wundert sich und fragt sich, oh mein Gott, mit was für Chaoten läuft mein Klaus da durch Tarkov. Und vielleicht bringt es dir ja auch mal ein paar Minuten Abwechslung und dein Lächeln zurück. Wir sind auf alle Fälle bei euch im Gedanken und wünschen euch das Beste. Bleibt stark. Bis dahin, Klaus. Geilen Scheiß, den nächsten Vibe ist es wieder weg. Engie, Engie. Was denn? Der Beutel lallt doch schon. Wir wissen doch mal, Factory. Das kann sein, der hat ja schon einen halben Kasten gesoffen. Von deinem ranzigen Tschechenbier. Nee, das gute Budweiser. Das ranzige Tschechenbier hatte ich davor. Ach so. Dieses Tschechenfake, meinst du? Eine neue Entdeckung. Also ich bin ja nicht so Fan von alkoholfreiem Bier. Das ist dieses Budweiser alkoholfrei. Das hat so ein blaues Etikett. Das ist übelst lecker. Also für ein alkoholfreies. Okay. Es ist aber nicht 100% alkoholfreie. Das kenne ich nur. Aber es schmeckt echt gut. Da ist Glyphosat drin. Das ist auch schon. Crystal Meth vielleicht eher. Nee. Crystal. Nicht Etet. Crystal Meth. Warum geht das hier nicht los, Leute? Ich weiß auch nicht. Das nervt mich auch gerade echt. Ich bin heute nicht mal 26 geworden, Alter. Lösch mich gleich. Ich werde diesmal 40. Ich wollte auch gerade so viel entspricht. Was machst du denn da? Ich weiß gar nicht. Zu meinem 40. müssten wir eigentlich mal was Tolles machen, Benji. Ich muss ja meinen 50. eigentlich beurte ich feiern, aber... Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Ist doch mal ein Kloß. Mit Gulasch und Rotkraut zusammen. Gulasch und Rotkraut. Passt doch. So, wollen wir noch hin? Na, da ist es hier. Achso, warte. Beutel, warte. Beutel, da. Da. Oh, wie wegfliegt, Alter. So, jetzt Vollgas. Klaus, gerade noch meine S-A-O-D. Direkt da vor dir. Was? Der lacht auch. Ich habe dich hingetragen. Die sehe ich von hier, Alter. Ich habe mal weitergerannt. Bin da kurz am Stash? Ich denke, wir wollen zur Beutel. Ablageplatz. Ich rette da nicht vorbei, wenn ihr euch, äh, wie sagt man? Hat sich voll gelohnt. Ich habe einen Roller gefunden, den Goldner. Oh, ich klinge mich ab. Wie ihr sich da freut. Hätte ich mich auch, aber... Ich habe eine Käfkiste voll mit Roller. Ehrlich? Alter, ich habe... Hä? Ich lösche das Spiel. Na, Interchange. Nachtraids. Ja, das haben sie ja jetzt gefixt. Ich will kurz sagen, das haben sie ja gefixt. Das gibt es dann nicht mal so schön. Na ja. Deswegen hätte man das vorher machen sollen. Ich war ja da, aber ich habe nie das gefunden. Hast du mich gerade Assi genannt? Ja. Oder war was? Ich habe weder das eine noch das andere gefunden, aber das Spiel fickt mich permanent. Ich will das Rohr weg. Kommt, ihr Lappen. Kommt, du Lappen. Sonst sind wir hier mit der Kanonenfutter, weil die Ersten schon am Bier lauern. Am Bier lauern? Skipper, am Bier? Ja, am Bier. Private. Du musst deine Private-Stimme machen dann. Skipper, am Bier. Ja, kleiner Private. Das ist meine Rolle. Nee, du bist Mirko. Nee, wie ist der? Rico. Nee, Kowalski. Rico. Angie ist Kowalski. Mirko. Mirko. Oh, da hinten steht einer sogar. Oder? Oh, boah, habe ich mich jetzt betäuscht. Du musst mal schießen. Na, weiß ich nicht. Das sieht aber so aus. Ja. Was, der will looten, oder? Ja. Habe ich auch im Rucksack mit? Ja. Alter, der Typ ist die ganze Zeit ohne Prüster. Was hat er denn? Hallo. Du bist vorbeigerannt. Nee, nee. Das Boot ist hier. Beutel, das Boot ist hier. Echt? Okay. Ich bin vorbeigerannt. Das muss das mal bringen. Oh, schön wie die Wellen. T-Pod. Ganz beruhigend. Ein dicker T-Pod. Nicht dein Ernst. Doch, warum? Boah. Ach komm, du hast einen Roller, Alter. Da brauchst du drei Stück. Da brauchst du schon den Scheiß. Ach so? Der Benji hat auch vorne die Quest gekickt. Drei T-Pots. Wenn du mir die Roller gibst, kriegst du den T-Pod. Oh, was? Hä? Muss ich noch was installieren? Antike Vase. Antike Vase brauchst du nicht noch, oder? Oh. Was hast du denn anzubieten? Ich glaub, der verarscht dich, Benji. Nein! Nein! Ich schieße ihn einfach um. Jetzt könntest du so eine Vase kriegen, wenn du mich abmelzt. Weil die hab ich ja nicht mehr. In den Container rein. Ich hab einen Roller. Okay. Metallschere? Nee, nee. Die hab ich selber zu Hause. Jungs, ich hab alles. Okay, ich seh dich. Ich bin gerade erst im Reden. Ich hab ja nicht viel genootet jetzt. Sag ich mal. Benji, treffen wir uns da vorne in der Umkleide, wo da Stash ist. Ja. Na gut. Ich schieb deine Roller rein. Ja. Ich pack deine Vase rein. Ist der Beutel jetzt ja mit drin? Also sag mal, wenn hier eine Granate reinfliegt. Benji, komm nicht mal rein! Schieb deinen fetten Arsch raus. Du schrumpeliger Hund. Nee, Benji, du musst ja hierbleiben. Ich geh mal kurz raus und sag mir. Danke für die Roller, Benji. Ich hab natürlich kein Depot. Nee, doch. Jetzt hier da. Guck rein. Danke, fein. Bitte. Oh, schön. Das Beutel ist an der Tanker. Nee. Das ist jetzt in der Bushalte. Kommt mal hoch. Erst auf dem Bus. Kommt mal hoch. Soll wir uns deinen Pimmel zeigen oder warum? Ja. Blü... War das der auf dem Bus? Ja, kommt der heute noch. Los. Ich hab gehört, am Streik. Wir müssen laufen. Zum Cottage. Hast du noch hier eine Mission, Matze? Ja, aber ich hab ja keine AK dabei. Achso. Aber wir können zum Just for Fun irgendwie zum Cottage rammeln oder so. Ja, Villa. Sanitar-Platt. Ich will noch ein bisschen rumrumpen. Jo, wir brauchen Sanitar. Ja, eben. Stimmt, Finchi. Das hatte ich ja gesagt. Wir wollten heute eigentlich nur Show-Ein-Runs machen, um Sanitar abzuknallen. Achso. Ja. Warum haben wir das nicht gemacht? Na, keine Ahnung. Bei Org, wenn wir doch die Idee kamen, zu Customs zu runnen. Rant. Zu Rant. Welcher Vollhang war das? Der Klaus. Nee, ich. Hechtet's? Hm. Ich hatte Customs. War doch auch gut. Ja, haben wir doch gut gemacht. Ich renne unten am Hügel. Vorbei. Ich renne nicht drüber. Da bist du ja gleich. Die Zielscheibe für alle. Ich renne Richtung Baustelle. Okay. Seht dich? Ja. Vom Ressort schießen sie sich mal da die Fresse ein. Äh? Ich höre nichts. Hab ich Kopfhörer auf, ja. Hast du sie gehört, Finchi? Ja, ja. Hab's gehört. Wenigstens einer. Also, die Schüsse ausgebeutet. Hm. Hat jemand Granaten mit? Irgendeine Fläche oder so? Äh. Ja, doch. Kannst du mal eine reinhauen? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur ein Duschanka mit. Schmeiß deinen Duschanka rein. Schmeißen, ich weiß es nicht. Weil dann wissen wir immer, ob Sanitar da ist. Dann wissen wir, ob jemand reingeht. Na ja, aber dann kann es schon zu spät sein. Ich komme von der anderen Seite. Nicht erschrecken. Ich bin am Papier. Ja. Wie du. Ich gucke hier und... Oh, 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 oh. Was? Es schießt auf mich. Finchi, ich bin hinter dir. Wer ist über Metall gerannt? Wir. Von wo kamen die Schüsse? Äh, wissen wir nicht. Vom Berg. Achso. Von dort, wo wir gekommen sind eigentlich. Ich stumm eher von der anderen Höhe. Okay, ich geh mal ins Haus, Finchi. Und guck mal von oben. Jetzt seh ich oben was. Oh, voll tot. Was sehst du denn Anhöhe? Du hast doch, wenn du jetzt... An dem Zaun geht's doch so ein bisschen berghoch. Da ist dann dieser Acker. Und rechts daneben hast du so wie so eine Anhöhe, wo es zum Ressort hochgeht. Hm. Da wo du schon schräg auf die Villa runtergucken kannst. Genau, genau. Das ist ein guter Sniper-Sport eigentlich. Hm. Okay, ich seh nischt. Ne. I see nothing. Vektor. Was? Du hast ne Vektor gefunden? Hier liegt ne Vektor auf der Erde. Hä? Hm. Quatsch. Aus Pappe. Achso, das steht drauf, ne? Ja. Warte, ist jemand auf Holz gelaufen? Ja, ich hier oben. Hier ist keiner. Benji, ich seh ja nicht. Ich glaube, da kommt was, oder? Okay, wir kommen mal runter. Benji, jetzt mal... Ey, zeig mal ruhig jetzt. Läuft jemand auf Holz? Ihr lauft ja nicht, oder? Jetzt nicht mehr. Wo bist du, Matze? In der Garage. Auf dem anderen Grundstück noch. Ja, wir sind gleich neben dir. Das stinkt uns schon. Ja, das war... Euch hab ich laut gehört. Die anderen Steps leiser. Okay, ich hab jetzt mal ganz runter gedreht. Ich komm jetzt langsam raus. Mhm. Aber man hört's wirklich. Die Stritte auch bei ganz runter gedreht. Ja. Ja. Aber wer hat auf mich geschossen? Matze, wo bist du ungefähr? Direkt vor euch. In der Garage. Auf der anderen Seite. Ah ja, für dich. Äh, ich fühl dich. Okay. Und da hat's aber auf mich geschossen. Achtung. Und drin. Hm. Und dann würde ich ja zum Dorf rein, ne? Und nochmal ein bisschen durchs Dorf. Ich hab ja gar nichts gelootet. Großartig. Na los. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, der will's wissen. Matze, wo ist der? Das war doch da, wo wir gerade waren, ne? Naja. Du, der macht denselben Plan wie du. Einfach Granaten zu werfen sinnlos. Ah, der will's wissen. Los, da zurück. Denk da mal ab. Ich bin rechts, ne? Ich bin ins Gelände. Ich seh dich, Beutel. Hier haben wir da volls. Nee. Dann sind das die. Wo? Im Cottage drinne. Also in der Villa. Oh, nicht in der, in der ihr wart. Da gibt's nur ein, ne, in der andern. Hm? Gibt's nur einen Ausgang, ne? Ja, okay. Okay, dann können wir unter Beschuss nehmen. Aber passt auf die Fenster auf, ne? Ja, ich weiß. Wir passen auf die Fenster auf. Wo ist der Ausgang, wenn sie hier hinten, ne? Wir kommen vom Pavillon. Ich seh euch. Ich bin da draußen noch. Ja, schön. Ich seh den Typ. Nee, der Ausgang ist wo? Zu dem Haus. Ja. Zu eurer Seite. Da, wo der, der, der... Na dann. Chamicle-Reinsatz war ja mit dem Markieren. Ja, ja. Schieß durch die Tür. Ich steh direkt neben der Tür. Der schießt von, von innen. Mats, hast du die Tür in Sicht? Ja. Kannst du bitte schießen, wenn der die öffnet? Au. Au, von hinter uns. Wie von hinter uns? Mal machen, was ich nicht mehr hinlegen kann in diesem Scheißding, Alter. Dieses Fotzen-Gebüsch, Alter. Du kannst dich nicht mehr hinlegen. Ah, ich bin doch... Eia, 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 leck mich da am Arsch. Ja, er tötet mich jetzt auch. Das ist fucking Cheater, ey. Lebt ihr noch? Ne. Leck mich. Aber das entzwegt mich. Das ist beispielsweise schön, dass ich nicht mehr qua. Wir sind und immer, die ne talent者. Auf Wiedersehen. Jetzt. Ich bin ja, ich bin ja.